Moin, heutiges Gewicht waren 114,9, also ein Plus von 0,3 Kilo. Ich weiß nicht woran das jetzt liegt, ich schätze aber mal an dem Brot. Um das jetzt mal so auszuschließen oder einzuschließen, je nachdem habe ich heute mal das gleiche gegessen an Frühstück. Und wenn ich dann morgen wieder zugenommen habe, dann denke ich mal liegt es wirklich an dem Brot und dann werde ich das weglassen. Das ist jetzt sowieso alle, das war nur so ein ganz kleiner Klotz. Naja, heute gab es ansonsten Brokkoli mit Paprika und Mais und ein Spiegelei oben drüber. Und also heute kein Fleisch und nichts, sondern halt nur ein Fastfleisch, also ein Ei. Tjo, da bin ich gespannt was die Waage morgen sagt. Wie gesagt, wenn ich dann wieder mehr drauf habe, dann liegt es am Brot, schätze ich mal. Morgen geht es auch zum Onkel Doktor, da mache ich mal einen kleinen Checkup und labere mit dem auch mal ein bisschen über Gewicht und sowas. Und mal sehen, was der dann dazu sagt, zu dem ganzen Low Carb und Eimer Seed Zeug und sowas. Ja, ich kann es mir denken, wahrscheinlich sagt er, friss die Hälfte und mach Sport. Ja, wie es eigentlich jeder sagt, wenn es mal so einfach wäre. Gut, das soll es gewesen sein von mir und wir sehen uns dann morgen wieder. Oder auch nicht, aber wahrscheinlich schon. Also dann, bis denn, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü